Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schaars Feinem Podcast Episode 153. Ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Alter, bin ich im Arsch. Es war eine verflucht anstrengende Woche, die sehr lange gedauert hat und die auch noch nicht zu Ende ist. Also ich hatte, während ihr euch alle über Ostern gefreut habt und vier Tage frei, yay, habe ich schön durchgearbeitet und werde auch morgen nochmal ran müssen, aber morgen nach der Arbeit, da ist dann endlich Urlaub. Aber wir fangen vorne an, nämlich am vergangenen Wochenende. Meine Frau, meine Nichte und ich waren nämlich auf Hallig-Hogel. Wir hatten unsere Nichte zu Besuch für zwei Tage und haben uns überlegt, wir brauchen unbedingt einen Tagesausflug, hatten überlegt nach Helgoland zu fahren und das ist so ein bisschen kompliziert, weil, also nach Helgoland kommt man nur mit dem Schiff, das ist klar. Auf Helgoland ist es aber so, dass die Schiffe in aller Regel so ein paar hundert Meter vor der Landungsbrücke, vor dem Hafen auf Rede gehen und dann kommen also die Börteboote, das sind so kleine Holzboote, die hochseetauglich sind und die holen dann die Passagiere in Gruppen vom Schiff und fahren die die letzten paar hundert Meter bis zum Steg. Und da hatten wir so ein bisschen Sorge, ob unser Hund das mitmacht, weil sie ist ja manchmal ein bisschen eigen, was Untergründe angeht, die sich komisch bewegen und deswegen haben wir gesagt, es wäre natürlich geil, wenn wir ein Schiff hätten, das nicht auf Rede geht, sondern das aufs Ausboten verzichtet. Das ist zum Beispiel der Katamaran, der fährt aber aus Hamburg. Und dann haben wir gesehen, dass die Reederei Radar bis zum 14. April auch noch in den Hafenferden aufs Ausboten verzichtet und haben gesagt, geil, machen wir. Haben zum Glück vorher angerufen und da sagten die nämlich, nee, wir fahren nicht, die Schraube vom Schiff ist kaputt. Und dann mussten wir also schnell mit einer anderen Idee herkommen. In diesem Fall haben wir uns dann also umgeguckt, haben gesagt, also Radar fährt Abüsum. Das ist eigentlich so, bei uns im Kopf der Hafen, wenn man nach Helgoland will, dann muss man nach Büsum. Und dann haben wir geguckt, was passiert denn eigentlich bei uns in der Nähe und da fiel uns auf, dass ja auf Nordstrand auch noch ein Hafen ist und in Husum ja auch. Von Husum aus gibt es auch Helgoland Schiffe, aber erst ab dem 18. April. War nicht so für uns. Und von Pellworm aus, Quatsch, von Pellworm, Blödsinn, von Nordstrand aus kann man unter anderem nach Pellworm fahren, aber auch auf Haddich Hoge einen Abstecher machen. Und dann haben wir gesagt, weißt du was, das probieren wir mal aus. Wir haben uns aufs Schiff gesetzt und waren dann, ich weiß gar nicht, ich hatte mir notiert das Stichwort Überfahrt. Ich weiß gar nicht, wie lange waren wir dann unterwegs, verflixt. Stunde? Gefühlt eine Stunde, die wir auf dem Schiff unterwegs waren. Und das war schon eine relativ ereignislose Fahrt. Also man sitzt dann halt in so einem Salon an so Tischen und entweder bist du clever und hast irgendwas dabei, mit dem du dir die Zeit vertreiben kannst oder bist halt ihr. Nee, wir haben dann halt Sachen gelesen und uns irgendwas erzählt und wir haben auf den Handys rumgedrückt und lauter so ein Kram. Und schließlich waren wir dann endlich auf der Hallig. Da muss man erst mal am Anleger direkt den Halligtaler entrichten. Das heißt also, Erwachsene zahlen dann eine Kurtaxe von einem Euro, Kinder 20 Cent. Also mehr ein symbolischer Betrag, der da erhoben wird. Und dann kann man sich direkt am Anleger in so eine Kutsche setzen und kann da so eine Rundfahrt machen. Und da unsere Nichte extrem pferdeaffin ist, haben wir gesagt, dann machen wir das. Eine kleine Rundfahrt gemacht, kostet irgendwie für einen Erwachsenen fünf und für Kinder gar nichts. Also das war dann auch völlig in Ordnung. Und da sind wir ein bisschen über die Hallig gezockelt. Und er hat uns da ein bisschen was erzählt, zum Beispiel, was mir gar nicht klar war, dass Hallig Hoge gar nicht die größte Hallig ist. Langeness wohl die größte ist, die wir haben. Und dass da gar nicht so häufig Land unter ist, wie man denkt. Also die Halligen werden ja relativ regelmäßig von der Nordsee überflutet. Und dann gucken nur noch die Häuser raus, die auf solchen Warften stehen, auf künstlich aufgeschütteten Hügeln. Und die Hallig Hoge hat zusätzlich noch einen Sommerdeich, der die Küstenlinie noch mal ein bisschen erhöht. Und das heißt, das Wasser muss einfach ein bisschen höher ansteigen. Und dann läuft die Hallig aber auch wirklich voll, buchstäblich, wie so eine Suppenschale. Und das passiert aber nur sechs bis acht Mal im Jahr. Das ist also offenbar einigermaßen erträglich. Und dann waren wir so, der Kutscher war eigentlich ganz gut drauf. Der sagte, wir fahren jetzt als erstes Mal nach Hoge City in die Hauptstadt und zwar an die Hanswarft. Da stehen halt die meisten Häuser auf einem Fleck und da ist ein Laden und Museum und das Sturmflutkino und so ein Tüdelkram. Und da haben wir uns dann die meiste Zeit rumgedrückt. Das war ein bisschen doof. Meine Nichte und ich haben uns den Sturmflutfilm angeguckt, wo also ein paar Aufnahmen sind, wie die Hallig so vollläuft und überschwemmt wird und wie Land unter ist und wie krass das ist. Und das war doch, da ist sie sehr nachdenklich geworden, glaube ich. Diese übrigens zehn. Und das Blöde war, also meine Frau ist nicht mit reingekommen, weil sie halt irgendwie mit dem Hund dann draußen bleiben wollte. Und wir haben uns dann irgendwie aus den Augen verloren. Wir haben keinen festen Treffpunkt ausgemacht und ich habe sie halt nicht gesehen, als wir rausgekommen sind. Und da sind wir auf die Suche gegangen und sie hat uns aber dann auch gesucht und hat dann am Kino rumgeguckt und hat gesagt, so, hä, komisch, Film ist zu Ende. Die Leute kommen raus und die beiden nicht, was hier, komisch. Ja, und das ist halt, also der Film dauert 20 Minuten und dann ist zehn Minuten und Viertelstunde Pause und dann fängt er von vorne an. Und die hat offenbar eine Pause übersprungen. Wo sie war, weiß ich nicht, aber wir haben es dann nicht mehr gesehen. Na gut, wir sind ein bisschen rumgelaufen und sie hat auf uns gewartet. Das war natürlich sehr schade. Aber im Endeffekt haben wir uns jetzt zum Glück wiedergefunden, waren rechtzeitig an der Kutsche und es war dann noch alles okay. Und dann sind wir weitergefahren zur Kirchwarft und wollten uns natürlich dann auch die Kirche angucken. Und als wir, also schon als wir ausgestiegen sind, hat der Kutscher erzählt, dass die Fahrstelle seit letztem Jahr im Frühjahr nicht besetzt ist. Und meine Frau auch sofort sagt, Mensch, ja, Schatz, dann müssen wir uns da jetzt bewerben. Und er sagt, ich muss da was anderes machen. Also es war sehr deutlich auch von ihren Nachfragen an den Kutscher und so, dass sie also diejenige ist, die sich bewerben würde. Und dann sagte er tatsächlich zu mir, wieso sind sie Theologe? Ich sage, nee, ich nicht. Das war ein bisschen komisch. So ein, weiß ich nicht, so ein komisches Weltbild, dass offenbar der Pastor ist halt der Mann. Keine Ahnung. Ja, und dann haben wir uns die Kirche angeguckt und die ist wirklich sehr schnuckelig und sehr niedlich. Und so im Scherz denken wir jetzt die ganze Zeit darüber nach, nach Heilig Hoge zu ziehen. Aber davon, das würde nicht gehen, weil A, es für Journalisten auf der Insel relativ nach Heilig wenig Arbeit gibt und B, das nur eine halbe Stelle ist und davon könnten wir also nicht leben, höchstwahrscheinlich. Und dann geht es halt nicht. Mal gucken, ob das, also ich finde es eigentlich gar nicht so doof, den Gedanken, denn eigentlich ist ja nichts in Stein gemeißelt, warum nicht einfach das Leben mal komplett umkrempeln und was komplett anderes machen. Ich wüsste nur nicht, was das ist das Problem daran. Abends waren wir, ich weiß gar nicht, wann waren wir denn wieder da? Sieben? Halb acht? So was. Und wollten dann noch einen Film gucken. Und weil unsere Nichte das Konzept der Online-Videothek nicht verstanden hat, haben wir, weil sie das halt zu Hause nicht haben, sind wir dann noch losgefahren auf der Suche nach einer richtigen Videothek wie so Steinzeitmenschen. Es gibt einen in Husum, wusste ich gar nicht, aber die hat am Wochenende nicht auf. Das war schade. Und dann sind wir eben doch auf MagStorm gekommen und wie das Leben so spielt, wenn man sagt, ja, dann such dir mal einen Film aus, dann guckt man natürlich den Film Mein Ich und Mein Pferd. Mein Gott. Ich habe lange nicht mehr so sehr mit dem Kopf geschüttelt. Das ist wirklich rosamunde Pilcher für Zehnjährige. Alter, was für ein Schrott. Also es geht irgendwie um ein Mädchen, das sich da, wer weiß wie engagiert, auf dem Pferdehof und nach der Schule da irgendwie mitarbeitet. Und dann ist also die Tochter des Besitzers wahnsinnig arrogant, kommt, wenn das Pferd schon vorbereitet ist und will gar nichts tun, will auch nicht trainieren, will nur so Quatschreiten machen und versagt dann natürlich furchtbar beim Turnier und die andere kriegt eine Chance und sie gewinnt selbstverständlich das Turnier und es ist alles, ach, ich bin zwischenzeitlich mal rausgegangen und ich musste mal eine Stunde weg, also ich musste mich mal rausziehen, ich weiß nicht, wie lange ich weg war. Es hat auf jeden Fall gereicht, um weite Teile der Handlung zu verpassen. Aber am Ende ist alles so eingetreten, wie ich es gedanklich schon vorhergesehen habe. Natürlich ist sie dann die Top-Turnierreiterin und natürlich muss die andere dann nicht mehr unbedingt reiten, nur weil ihre Eltern das wollen, weil die es auf einmal gar nicht mehr wollen und das langjährige Eheproblem der Eltern klärt sich auch in einem Tobsuchtsanfall der Tochter innerhalb von 30 Sekunden. Ja, liebst du Mama überhaupt noch? Und dann sagt er, ja selbstverständlich liebe ich sie und dann guckt Mama ihn so wahnsinnig an und sagt, darauf warte ich schon seit Jahren, dass du das nochmal sagst und ich hätte kotzen können, aber naja, man ist ja Kumpel in so einem Fall. Naja, nee, war schön gewesen auf eine Art. Dann ging die Arbeitswoche wieder los für mich. Genau, es war Sonntag, oder? Ach, ich weiß es, ist auch völlig wurscht. Auf jeden Fall ging die Arbeitswoche wieder los. Und da muss ich jetzt mal tatsächlich in meinen Kalender gucken, was ich da alles, ach genau. Ich war in Tönning, bin da relativ spontan gebucht worden, ob ich das noch machen könnte, das war am Dienstag. Ob ich das noch hinbekäme, da so eine kleine Reportage zu machen aus Tönning, habe ich auch gemacht, das ist ja mein Beruf, kurzfristig gebucht zu werden und dann Sachen zu machen fürs Radio. Und ich habe also am Hafen mein Auto abgestellt, habe mir ein Parkticket geholt und habe dann mein Aufnahmegerät aus der Tasche geholt und habe das erst auf dem Dach abgelegt, weil ich noch was aus dem Auto rauskramen musste. Und während ich abschloss, kam jemand auf mich zu und stellte mir irgendeine Touristenfrage, wo ich gesagt habe, tut mir leid, kann ich jetzt gerade gar nicht beantworten, ich kenne mich ja auch nicht aus. Und dann antwortet er total kryptisch, ach so, nee, weil ich arbeite auch in der Stadtverwaltung und bei uns machen das Gemeindemitarbeiter. Ich sage, was machen Gemeindemitarbeiter denn? Und dann guckt er, ja hier kontrollieren. Ich sage, was kontrollieren? Sie sind doch Hilfspolizist, sagt er. Ich sage, nee, wieso kommen Sie denn? Dann sagt er, weil sich dieses Gerät dabei, dieses Aufnahmegerät, das sah für ihn offenbar so aus, als würde man damit Parksünder dokumentieren. Und also es war am Ende witzig, ich habe es halt echt überhaupt nicht geschnallt und er meine Verwirrung dann erst auch nicht. Aber dann haben wir uns köstlich amüsiert und er hat mir sogar noch ein Interview gegeben und das war natürlich, hat mir sehr geholfen. Aber das ist mir auch nicht passiert. Ein paar Wächter verwechselt werden, das ist total skurril. Dann habe ich diversen Recherche-Kram gemacht, Sachen vorbereitet, vor allem nämlich am kommenden Dienstag, den 18. ist 70. Jahrestag des Big Bang. Die britische Armee hat irgendwann nach dem Zweiten Weltkrieg, 1947, um genau zu sein, die Insel Helgoland teilweise gesprengt, also die militärischen Anlagen, die Festungsanlage der Insel. Die wurde gesprengt, 6700 Tonnen Sprengstoff. Also wir haben da Torpedos reingelegt und Wasserbomben und Granaten und so ein Kram und haben das zur Explosion gebracht und haben eben damit die Bunkeranlagen, die militärisch genutzt wurden, dem Erdboden gleich gemacht. Und das jährt sich also zum 70. Mal und daraus habe ich diverse Beiträge gemacht für verschiedene Sender und stellt sich raus, dass dann natürlich irgendjemand sagt, also ich hatte jetzt überlegt, ich mache da irgendwie aus dem Archivmaterial etwas, weil es gibt ganz tolle, das Rundfunkarchiv ist ja ein Riesenschatz und da gibt es einfach ganz tolle Aufnahmen von einem Reporter, der damals 1947 auf einem Schiff neun Seemeilen von Helgoland entfernt, direkt neben diesem Kabelleger der Briten war, von dem aus die Sprengung ausgelöst wurde und der hat einen Live-Bericht gemacht dazu. Und das war, das ist total eindrucksvoll, weil die Druckwelle halt mit ungefähr anderthalb Minuten Verspätung bei denen ankommt und ihm dann buchstäblich den Atem verschlägt, weil das so eine gewaltige Explosion war. Und daraus, aus dem Material und aus dem, was er danach noch gemacht hat, vom Wiederaufbau ein paar Jahre später, da wollte ich halt einen Beitrag machen und dann sagten die Menschen, lass doch ein bisschen mehr machen und dann brauchen wir aber noch aktuelle O-Töne, was letztlich bedeutete, dass ich am Karfreitag nach Helgoland gefahren bin mit dem Schiff in den Hafen. Wir hatten überlegt, ob wir es irgendwie hinkriegen, dass meine Frau und der Hund auch mitkommt, aber das geht nicht, weil sie hatte Gottesdienst und ja, dann ging es halt nicht. Und dann habe ich den Hund natürlich auch dagelassen, weil das ist ja dann Quatsch. In erster Linie, Gott, das war auch so eine Geschichte. Also ich bin ja, bisher bin ich nach Helgoland immer geflogen, weil wir es halt so machen, normalerweise, wenn irgendein Helgoland-Thema ansteht, dann ist das eigentlich lange planbar und dann bringt man noch irgendwie, macht man noch irgendwie, knallt sich die dann anderthalb Tage mit Terminen voll und dann fliegen wir halt von Büsum aus und übernachten dann auf der Insel. Und in dem Fall lohnte sich das halt nicht, weil so schnell kriegten wir keine anderen Sachen zusammen, die man noch berichten könnte. Der Bürgermeister war auch im Urlaub und so und deswegen habe ich gesagt, ja komm, dann fahre ich mit dem Schiff, das ist dann nicht so teuer und dann ist das auch gerechtfertigt und ja, das mache ich nie mehr. So ganz, ganz einfach, das mache ich nicht mehr. Also man ist drei Stunden für eine Strecke unterwegs und es ist einfach so puhlangweilig auf dem Ding, da passiert ja nichts. Also wenn du mit mehreren unterwegs bist und dich irgendwie kennst, dann hast du eine Gruppe dabei von Leuten, die Spaß miteinander haben, mag das was anderes sein, aber wenn du halt alleinreisender bist und hast da auch nicht irgendwie jetzt so Urlaub, sondern musst dich irgendwie auf die Arbeit vorbereiten und ist das halt irgendwie langweilig. Und dann ist es halt so, dass da natürlich die Sitzplätze sind ja, weiß ich nicht, wie viele Leute da drauf passen, drei, vierhundert, keine Ahnung. Und dann ist das Schiff halt irgendwann voll und dann kommen natürlich Leute an und fragen, ob sie sich zu dir setzen dürfen. Und natürlich sagst du dann ja, ist ja auch völlig klar. Ich war aber überhaupt, ich hatte überhaupt keine Lust auf irgendwie soziale Interaktionen. Ich hatte meine Kopfhörer auf, habe Podcast gehört und habe da mich gar nicht weiter mit denen beschäftigt, bis wir dann, das war so schräg, wir sind dann aus dem Hafen raus und da fährt man erstmal noch so ein Stück durchs Wattenmeer, durch so ein Fahrwasser, Süderpiep heißt das in Seemannskreisen und dann kommt man irgendwann aufs offene Meer. Und das war der Moment, wo das Schiff so ein bisschen anfing zu stampfen und zu rollen. Also rollen heißt Seitwärtsbewegung und stampfen heißt vorne auf und ab. Und als das so langsam losging, ging jemand rum, der hatte einen riesigen Arm voll, voll mit Spucktüten und hat an jedem Tisch eben so viele Spucktüten hingelegt, wie da Leute saßen. Auch bei denen, die gesagt haben, nee, brauchen wir nicht, hat er nur kommentiert, warten Sie mal ab und hat das dann ausgeteilt. Und dann kam auch schon die Durchsage vom Kapitän, so wir haben fünf bis sechs Windstärken und es wird jetzt ein bisschen schaukelig und zwar so lange, bis wir auf Helgoland sind. Das ist jetzt so. Und ich weiß nicht, ob es da, also ich bin jetzt halt auch nicht der riesen Küsten-Seefahrtsbewohner, aber ich weiß halt, wenn dir seekrank wird, dann guckst du auf den Horizont und warte, bis es besser ist. Und wenn es nicht besser wird, dann gehst du mal in die frische Luft und versuchst dich ein bisschen zu entspannen. Und die Leute, die mir gegenüber saßen, naja, ich weiß nicht, ob die es nicht wussten oder ob sie es nicht, ich weiß es nicht. Also ich will auch niemandem zu nahe treten. Die kamen nun halt aus Bayern, ganz offensichtlich. Und sie konnte ich noch einigermaßen verstehen. Und ich weiß nicht, habt ihr diesen Bulli-Animationsfilm gesehen, Lissi und der wilde Kaiser? Da sind so zwei Jäger, die auf der Jagd nach dem Yeti sind. Und einer von denen ist halt so ein super Schrat, der einfach nur irgendwelche bayerisch klingenden Kehllaute macht. Ich kann das überhaupt gar nicht imitieren. Irgendwie sowas. Und genau so hat dieser Typ gesprochen. Ich habe den nicht verstanden. Die haben mich ein, zwei Mal angesprochen. Ob ich auf ihre Sachen aufpassen könnte, glaube ich. Aber ich habe es nicht verstanden, was er gesagt hat. Also ich könnte jetzt nicht, ich habe es nur aus der Gestik und aus der Situation erschlossen. Ich habe ihn wirklich nicht verstanden. Ich bin echt niemand, der ein Problem mit Dialekten hat. Na gut, auf jeden Fall, die zwei waren dann so, die waren halt da und es war erkennbar, denen wurde langsam schlecht. Und dann hat, also er ist halt immer mal wieder Richtung Klo gegangen oder mal raus und wirkte gar nicht so, dass ihr jetzt irgendwie Probleme hättet. Aber sie wurde da immer ruhiger, guckte immer konzentrierter und hat dann die Augen zugemacht und den Kopf auf die Tischplatte gelegt oder nach hinten. Und das sind natürlich alles Sachen, die sind grundfalsch. Und dann habe ich dann, als sie zur Tüte griff, sagte ich, gehen Sie mal an die frische Luft, das soll helfen. Und dann wollte sie losgehen und sagte, gucken Sie nicht nach unten, gucken Sie auf den Horizont. Zack, Blick nach oben. Also da war es wirklich kurz davor. Ob sie gespuckt hat, weiß ich nicht. Aber dann kam er irgendwann und sah dann auch irgendwie ziemlich bleich aus. Und dann kam der skurrilste Moment des ganzen Tages. Und ich schwöre, es ist genau so passiert. Wir saßen da an diesem Tisch und das ist so eine Bank, hast du eine Polsterbank, relativ steile Lehne, 1,50 Meter ungefähr breit, dann hast du ungefähr 40 Zentimeter Tisch und auf der anderen Seite dann eben das Pendant dazu. Das heißt, wir saßen uns sehr nah. Und wenn ich jetzt meine Arme, meine Ellbogen auf den Tisch gestützt habe und er hat das auch getan, dann hätten wir wahrscheinlich irgendwie so eine Susi-und-Strolch-Szene machen können, wenn wir noch Nudeln dabei gehabt hätten. Und in dieser Situation saßen wir. Also wir waren uns wirklich einen Meter voneinander entfernt. Und irgendwann, er guckt mich an, greift zur Spucktüte, faltet die aus und während ich noch mitleidig lächle und sage, hält er den Blickkontakt und fängt an, in diese Tüte zu kotzen. Und jetzt auch nicht einfach nur so, sondern der hat dann auch irgendwie so komische Geräusche dabei gemacht. Ich habe dann weggeguckt, aus dem Fenster raus und dann so im Augenwinkel saß ich an der Bank hinter mir, saß ein junges Mädchen, die hat sich noch die Ohren zugehalten, die Augen zugekniffen. Ich guckte wieder zurück, habe den Kopfhörer noch lauter gemacht und dann guckte er mich immer noch an und in die andere Richtung geguckt. Da griff auch gerade jemand zur Tüte. Da habe ich gesagt, das ist nicht wahr, dann musste er her und sie guckte auch irgendwie schon so komisch. Bin ich aufgestanden, habe gedacht, okay, jetzt gehst du mal hier weg. Richtung Tür gegangen und da waren aber auch irgendwie fünf Leute, die eine Tüte schon in der Hand hatten. Und dann habe ich gesagt, ach, wir haben sie runter aufs Unterdeck, kommen die Treppe runter und da sitzt auch gerade jemand und erleichtert sich. Und ich habe, ich musste, ich habe das gestern meiner Frau erzählt, als ich zurückkam. Und die hat sofort angefangen zu lachen und hat gesagt, was ist so ähnlich wie bei Batman hält die Welt in Atem, wenn er aus dieser Kneipe rauskommt und diese riesige Bombe versucht loszuwerden und findet keinen Platz dafür, wo sie hinschmeißen kann, weil irgendwo ist eine Kapelle von der Heilsarmee oder ein paar Nonnen oder eine Frau mit Kinderwagen oder ein Liebespärchen oder Entenküken. Ich verlinke euch das Video in den Shownotes. Da wisst ihr genau, wie es mir gegangen ist. Das war unglaublich. Gut, wir sind also gegen halb neun losgefahren. Gegen Mittag um zwölf, kurz nach zwölf waren wir da. Ich möchte für das Protokoll hinzugeben, ich habe es kotzfrei geschafft. Und dann hatten wir also, hatten wir ungefähr so drei Stunden Aufenthalt, dreieinhalb Stunden. Und ich habe dann also meinen Termin vereinbart, meinen Ansprechpartner angerufen. Ich sage, wann passt es denn und wann kann ich denn kommen? Da waren wir also verabredet und ich bin ein bisschen rumgebummelt, war noch mehr am Vogelfelsen. Da gehe ich immer ganz gerne hin. Und es war dummerweise Nordwestwind und dann weht der Guano-Geruch von hinten, von den Felsen, wo die Vögel sitzen, so komplett über die Insel. Und es rauch halt die ganze Zeit nach Hühnerstall. Aber es macht nichts. Es ist einfach toll, da zu sein und da zu stehen und den Viechern zuzugucken, wie sie sich in den Wind hängen und einfach auf der Stelle schweben. Das ist echt cool. Und dann bin ich so ein bisschen noch durch die Gegend getapert, mein Interview gemacht, habe noch was gegessen. Gegessen habe ich am Hafen. Es gab Fisch, Kabeljau mit Kartoffelsalat. War mäßig lecker, aber in allen anderen Restaurants, in denen ich vorbeigekommen bin, da war halt einfach, das war einfach wahnsinnig voll. Und ich habe so gedacht, okay, also zu dem Zeitpunkt hatte ich noch eine dreiviertel Stunde, bis ich auf dem Schiff sein musste. Ich dachte, das ist mir zu riskant. Da gehe ich lieber irgendwo hin, wo wenig Leute sind und habe da gegessen. Wie gesagt, war okay, aber er war jetzt auch kein Knaller. Und noch ein bisschen eingekauft, wie gesagt, Stangelsigaretten von meiner Frau und zwei solche riesigen Tublerone-Dinger, die acht Zentimeter Kantenlänge haben oder sowas. Also es lohnt sich immer, das dann auch zu nutzen, das Angebot des zollfreien Einkaufs. Und ja, dann bin ich wieder aufs Schiff und dann ging die ganze Reise von vorne los. Und dann ist es ja so, dann drückt auch die unsichtbare Pickelhaube ja ein bisschen. Also ich merke dann in solchen Situationen, ich bin dann eben doch irgendwie deutscher Spießer und habe mich halt genau wieder auf den gleichen Platz gesetzt. Und natürlich kamen dann auch die beiden wieder und setzten sich auch wieder dazu. Und also wir haben ja wenig bis gar nicht miteinander gesprochen und dann fing er nur irgendwann an so, jetzt geht die Schaukelei wieder los. Und ich sagte, naja, abends ist das Meer meistens ein bisschen ruhiger, das wird schon gut gehen, ohne dass ich das jetzt genau wusste. Aber mir war schon mal wichtig, den so ein bisschen zu beruhigen. Aber es war tatsächlich ruhig und es hat nur so ein bisschen hin und her gerollt und das war dann alles okay. Und da war ich dann tatsächlich um halb acht wieder im Büro nach zwölf Stunden und habe dann nur noch gesagt, komm, Kram ablegen, losfahren, nach Hause, ins Bett. Und irgendwie geht es mir seitdem auch nicht ganz so gut. Ich habe irgendwie gestern ziemlich gefroren, hatte aber trotzdem das Gefühl, dass es mir sehr warm ist. Und das ging dann weg mit Schlaf und ein bisschen Krepostat. Und heute fühle ich mich aber schon den ganzen Tag irgendwie allgemein unwohl. Habe auch erst heute Abend das erste Mal was gegessen. Weiß auch nicht. Und hatte heute auch wieder den nächsten Termin. Thema Wahlkampf. Ich habe ein Porträt gemacht, eine Reportage gemacht über Patrick Breyer, den Oberpiraten in Schleswig-Holstein, über seinen Wahlkampfstand und auch ein längeres Interview geführt. Das wird wohl am 24., 25. auf NDR Info laufen. Und das war es im Wesentlichen. Morgen habe ich dann nochmal einen Dienst in Kiel und auf dem Rückweg fahre ich dann einmal kurz zu unserem Wohnwagen, hänge den an. Also es ist wirklich nur ein kleiner Schlenker, den ich da machen musste. Das ist ganz schön. Und dann geht es ab nach Hause und dann fahren wir weg. Eine Woche lang ins alte Land. Campingplatz am Leuchtturm heißt das Ganze. Wurde uns empfohlen von Freunden, die da sehr begeistert waren. Und ja, das kann losgehen. Ach, eine Sache noch, die jetzt auch nicht unbedingt zu meinem Wohlbefinden beigetragen hat. Die Sache mit der EC-Karte. Leute, ich komme überhaupt nicht klar gerade. Klingt so jammerig, will ich überhaupt nicht sagen. Ich habe am Karfreitag morgen, wollte ich um halb sieben mit dem Zug nach Heide fahren. Damit ich um sieben wäre ich da gewesen. Hätte mich in aller Ruhe vorbereiten können auf alles. Hätte mein Kram zusammenpacken können. Gemütlich gegen halb acht losfahren Richtung Büsum. Dann wäre ich pünktlich am Schiff gewesen und alles wäre gut gewesen. Stelle ich auf dem Weg fest. Also ich habe dann das Haus auch pünktlich verlassen. Kurz vor sechs bin noch am Geldautomaten eingekehrt und kriegte kein Geld mehr. Ich wusste aber genau, dass noch 700 Euro oder was auf dem Konto sind. Sind sie auch jetzt noch. Ich komme hier nicht ran. Und das war irgendwie komisch. Also ich hatte am Donnerstagabend hatte ich getankt. Hatte eine Rechnung von 70 Euro. Konnte ich nicht bezahlen. Dann bin ich zum Geldautomaten gefahren. Konnte da nur 50 Euro abheben und hatte zum Glück noch genug im Portemonnaie, dass ich das dann die Rechnung begleichen konnte. Und gestern Morgen kriegte ich kein Geld am Automaten. Mein Auszahlungslimit sei erschöpft. Ich kam aber ganz normal. Also ins Online-Banking kann ich rein. Ich kann Geld überweisen. Das ist alles kein Problem. Gibt auch keinen Hinweis weiter. Heute konnte ich überhaupt kein Geld abheben mit der gleichen Fehlermeldung. Naja, das ist natürlich scheiße. Am Osterwochenende. Also ich habe dann am Karfreitag morgen um viertel nach sechs bei meiner Bank angerufen und denen wütend auf die Mailbox gesprochen, dass sie mich gefälligst mal anrufen sollen, wenn da irgendjemand im Dienst sei. Heute am Samstag war natürlich niemand im Dienst offensichtlich oder es fühlte sich keiner bemüßigt. Und jetzt bin ich mal gespannt, wenn die sich am Dienstag melden, was sie dann für eine Erklärung dafür haben, warum ich kein Geld am Automaten bekomme. Also im Endeffekt haben wir es dann so gemacht. Ich bin dann nach Hause, habe die Geldkarte meiner Frau mitgenommen, die bei einer anderen Bank ist und bin dann mit dem Auto gefahren. Das war natürlich überhaupt nicht der Plan, aber es hat zumindest funktioniert. War immer noch pünktlich und es war alles gut, aber es war halt irgendwie komisch. Ich hatte mich auch so ein bisschen geistig darauf eingestellt, so egal, du kannst jetzt noch dich in Zug setzen, kannst noch 20 Minuten dösen, irgendwie sowas. Und das fiel halt alles aus und das war sehr unschön. Aber naja, mal gucken. Ich werde das nächste Woche erzählen, wie das sich, ob sich das und wie sich das aufgeklärt hat. Dann bleibt jetzt nur noch eins, nämlich die Challenge von Johannes von Bro aus 150 anzunehmen. Er hatte mich ja herausgefordert, hartgekochte Eier zu essen. Und natürlich mache ich da mit und es ist jetzt aber was Dummes passiert. Es ist ja Ostern und meine Frau und ich essen nicht so viele Eier, weil wir halt irgendwie, weiß nicht, nicht so richtig Bock drauf haben. Und deswegen habe ich gedacht, nimmst du einfach hartgekochte Schoko-Eier und jetzt ist das halt blöd, weil die sind natürlich geschmolzen. Und ich habe sie in so ein Glas gefüllt. Jetzt werde ich das hier mal, warte mal. Und warte und 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 Ja, ich habe sechs Eier, sechs hartgekochte Schoko-Eier, habe ich geschafft. Challenge gewonnen und jetzt seid ihr dran. Ich wünsche euch was auf diesem Sinne. Nächste Woche hören wir uns wieder dann mit einem Campingbericht und dieser Sache mit der EC-Karte. Ansonsten bleibt mir noch zu sagen, frohe Ostern und bis bald. und 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 und